Für mich schon wieder neuer Tag, da bin ich wieder. Ich habe mir hier Tape mitgebracht. Zu tapen? Ne, zu markieren der Kabel. Und zwar schreibe ich mir jetzt hier dran, welchen Schalter ich hier haben will. Und dann markiere ich mir das Kabel hier oben in der anderen Ecke. Außerdem muss ich noch ein Kabel reinlegen für die Lampen dann später, weil da hier zwei Spots rein sollen. Jetzt habe ich gerade gesagt zwei Spots. Die werden alle parallel geschaltet. Das heißt, ich muss mir nur ein Kabel hier reinziehen, ein Loch bohren. Und dann kann ich da erstmal hier meine Baulampe wieder dranhängen. Und dann später kann ich mir, weil die Decke ja hohl ist, kann ich mir dann noch ein Kabel durchziehen. Zum anderen Spot, dann habe ich hier zwei Spots. Ich denke, die werden sowieso relativ mittig hier sitzen. Könnt ihr gerade nicht sehen, aber es ist kein Sinn, die hier irgendwo an den Rand zu setzen. Deswegen denke ich mal, ich mache die beide hier hin. Vielleicht sogar längs. Aber das finde ich komisch, weil hier keine Tür irgendwie mittig ist. Die sind alle leicht versetzt. Deswegen, genau. Ich denke, wir machen einfach hier hin. Hat man hier schöne Spots, schöne ausgeleuchtet. Schön hell, wenn man reinkommt, gibt es ein richtig schönes Gefühl. Genau dafür finde ich auch abgehängte Decken mit Spots richtig, richtig geil. Die machen einfach ein richtig schönes Lebensgefühl. Der unterste ist ja der Keller. Das heißt, ich hätte gerne einen für hier und einen für die Garage. Das ist eh ein bisschen sinnlos, dass hier ein Garagenlicht ist. Aber gut, ich könnte das Garagenlicht natürlich auch einfach mit einem Bewegungsmelder versehen. Aber ich denke, das ist eine Kreuzschaltung, weil in der Garage ist auch noch ein Schalter dafür. Deswegen muss ich den erhalten. Und ich habe nämlich keinen Bock, die komplette Elektrik zu machen. Deswegen mache ich einfach nur jetzt hier Garage in die Mitte, oben hier und unten im Keller. Aber das ist ja schon, also es bleibt ja einfach so. Also hier ist Eingang. Jetzt noch Garage. Ich werde da jetzt auch erstmal einfach wieder die alten Schalter dranhängen, weil wir haben noch keine neuen Schalter gekauft für das ganze Zeug. Und die alten funktionieren ja noch. Und solange man jetzt hier am Arbeiten ist, ist es ja nicht schlecht, überhaupt einen Schalter zu haben. Deswegen werde ich jetzt die erstmal hier rüber machen. Aber wie gesagt, wir brauchen erstmal hier noch ein Stück Kabel für die erste Lampe. Ich denke mal, da reicht hier so viel. Und mal lieber ein bisschen mehr Zugabe. Kabel kostet jetzt nicht die Welt. Kommen Sie wieder das Abisolierwerkzeug zum Greifen. Jetzt seht ihr das hier, das andere. Also jetzt gehe ich hierher mit dem und mache auch einfach so, zack, ab. Da sind einfach so zwei kleine Messer drin, die schneiden das dann einfach zu. Achso, hier steht sogar ein Name drauf, Yucari Nummer 15. Das Ding ist echt cool. Kann ich wirklich empfehlen. Made in West Germany steht drauf. Also auch schon etwas älteres Teil. Aber funktioniert. Das alte Kabel, das hier, haben wir ja festgestellt, dass es das hier in der Decke ist. Und dass es das ist, was hier runterkommt. Und da es hier das einzige Kabel ist, was hier runterkommt, kann ich mir das jetzt hier einfach frei machen. Und dann kann ich es abklemmen. Man muss jetzt die Kabel anfangen zu lesen und eben die Kabel stattdessen anschließen, die man selbst braucht. Ach, das ist natürlich hier einen äußerst schlechten Hebel. Das ist auch nicht der beste Schraubenzieher zum Hebeln. Da muss ich mir mal was anderes besorgen. Hier, meine Besorgung. Muss ich mal gucken, dass ich das hier die anderen Kabel auch freistämme von den Schaltern, ohne hier diese Klingelkabel zu malträtieren. Aber das scheint ja hier. Recht erfolgreich gewesen. Ich muss sagen, ich bin kein gutes Beispiel. Eigentlich soll man das ja alles stromlos machen jetzt. Das mache ich immer auch nicht. Und ist auch kacke. Weiß ich. Aber ich finde es manchmal einfacher zu arbeiten. Weil ansonsten müsste ich jetzt hundertmal hin und her laufen dann zur Sicherung vielleicht und gucken, was was ist. Und so weiß ich es halt einfach. Weil dann kann man kurz den Schalter anmachen und ausmachen und dann ist gut. Also der Stromschlag, der schon mal einen bekommen hat, weiß, das ist echt unschön und das kann halt auch tödlich sein. Ich habe einmal auch hier Lampen in die Decke eingebaut. Da hatte ich nur ein T-Shirt an. Dann hatte ich auch hier so ein Kabel aus der Decke raushängen. Hatte auch schon schön abisoliert. Einfach Strom drauf. Und ich bin mit dem Bizeps dagegen gekommen. Und dann habe ich den Akkuschrauber, den ich in der Hand hatte. Der hat durch die Kontraktion vom Muskel so viel Schwung gehabt, dass das an einem Kopf vorbeigeflogen ist. Also ich stand auch auf der Leiter und war so BAM. Ich werfe den Akkuschrauber weg. Na, Ende der Geschichte. Da sind schon alle krank gelacht. La la la. Achso. Aber wichtig ist, das ist das Elektro-Werkzeug. Also wenn ich das hier halte, das ist bis 1000 Volt gesichert. Wenn ich hier mein 220 Volt rummache, bin ich eigentlich für sicheren Seite. Also ich würde jetzt nicht anfangen, hier in die Kabel so rauszureißen mit der Hand oder meine Hand hier oben reinzustecken. Und auch wenn ihr diese Lyser-Klemme aufmacht, nehmt immer Elektro-Werkzeug. Das ist, wenn ihr es stromlos gemacht habt, ihr wisst nicht, ob nicht irgendwo ein Kabel falsch angeschlossen ist. Es gibt auch immer diese Phasenprüfer. Davon habe ich eigentlich auch immer eine einstecken. Also immer den und einen Phasenprüfer. Phasenprüfer ist auch so ein Schraubenzieher, der hat hier so ein Ding, da er legt seinen Finger drauf, dann leuchtet es. Kann ich euch bestimmt mal an anderer Stelle zeigen. Habe ich jetzt gerade nicht dabei. Aber immer gucken, bevor ihr dann arbeitet, ob da Strom drauf ist. Das ist einfach wichtig. Also auch wenn ich mit Strom arbeite dann hier und Strom drauf ist, gucke ich trotzdem immer, ob Strom drauf ist und gehe dann auch keine Risiken ein. Und ich habe davon auch Zangen und so und dann fasse ich die Kabel auch nur mit dieser Zange an und nicht mit meiner Hand. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Außerdem können euch natürlich Handschuhe auch noch helfen. Also ich meine, also wenn sie trocken sind. Also nasse Handschuhe würde ich abraten. Aber hier trockene Handschuhe ist auch eine gute Sache. Jetzt muss ich erstmal gucken, was hier was ist. Also auch hier fasse ich jetzt nicht rein, sondern ziehe hier im Schraubenzieher die Listerklemmen raus. Hier kommt mein Strom an, wird dann hier auf meine Schalter verteilt. Das heißt, ich kann mir jetzt, naja, Schalter haben ja eigentlich keine Erde, also theoretisch hätte ich sogar zwei Schalter über ein Kabel einfach gehen lassen können. Aber zwei Kabel ist natürlich schöner, weil man dann sieht. Also Strom kommt rein, wird geschaltet und kommt wieder hoch. Und das, was hochkommt, geht dann hier zu der Lampe in dem Fall. Außerdem baue ich alle Listerklemmen aus und baue dann hier Vago-Klemmen ein. Vago-Klemmen sind Steckklemmen, also da brauchst du dann kein Schraubenzieher mehr für. Und die gibt es hier als Dreier-Variante. Die sind dann relativ klein. Die gibt es aber auch hier als Fünfer-Variante. Also wenn du jetzt fünf Kabel hast, die zusammenkommen, dann so. Das heißt, hier oben brauche ich auf jeden Fall die Fünfer, weil hier ja mehrere Kabel zusammenkommen. Selbst wenn du irgendwie Stauerstrom hast, der kommt und dann schon zwei Abnehmer hast, brauchst du ja schon ein Dreier. Das heißt, man ist eigentlich immer relativ schnell hier bei den Fünfern. Und die sind auch nicht so teuer. Die würde ich generell immer empfehlen, mal zu Hause zu haben, weil man die eigentlich für alles benutzen kann. Ziemlich geile Teile. Für die Einwendung nehme ich euch jetzt wieder auf die Stirn hier, damit ihr mehr seht. Hier Knipex, auch 1000 Volt. Also damit fasse ich die Kabel an. Ach so, und dann habe ich außerdem, wie gesagt, Phasenprüfer. Hier ist so eine Metallplatte. Das funktioniert aber übrigens nicht, wenn ihr Handschuhe an habt. Also jetzt zum Beispiel hier. Ich lege das hier rauf. Leuchtet nicht. Ich lege meinen Finger drauf. Leuchtet. Kann man sehen, oder? Also hier ist Strom drauf. Hier ist kein Strom drauf. Hier ist auch kein Strom drauf. Hier hinten ist auch kein Strom drauf. Und hier sollte eigentlich auch kein Strom drauf sein. Nee, genau. Also hier, dieses schwarze ist mein Zustromkabel. Das heißt, das kann ich jetzt schon mal hier herausbauen. Und dann kann ich da erstmal eine Listerklemme drauf machen. Dann bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Strom ist so eine Sache. Damit sollte man sich nie beeilen. Immer ordentlich arbeiten. Jetzt gehe ich wieder her und gucke, ob die anderen Strom haben. Haben sie nicht. Also alles richtig. Und obwohl wir ja hier drei Schalter haben. Und da oben waren jetzt nur zwei schwarze Kabel an dem schwarzen Kabel angeschlossen. Das liegt daran, dass hier dieses eine schwarze Kabel von oben kommt. Das ist hier einmal durchgeschleift. Also das Bad hängt mit an diesem Eingangsding. Deswegen habe ich nur zwei schwarze Kabel, die runtergehen. Das ist übrigens der Leiter, das schwarze Kabel. Und dann für drei Schalter, genau. Und ich muss jetzt hier die beiden Kabel, die hier rüber gehen, davon jeweils den braunen. Früher war das meistens schwarz. Jetzt ist es meistens braun hier halt. Gibt es aber auch noch in schwarz. Die muss ich jetzt da drüben anschließen. Aber bevor ich das mache, nehme ich mir jetzt hier die Schalter und mache die Schalter hier dran, damit ich dann nicht hier Strom stehen habe. Und hier seht ihr auch immer bei den Schaltern hinten, also da hast du immer eine Seite, da steht dann irgendwie, ja hier P zum Beispiel. Steht in dem Fall wahrscheinlich für Power, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe keine Ahnung. Und dann hier die beiden Ausgänge. Also man könnte hier jetzt auch mehrere Sachen schalten. Da kommt dann wieder hier das Abisolierwerkzeug zum Einsatz. Also braun, da kommt mein Strom her. Das stecke ich jetzt hier in P. Das sind auch solche Clips, die kann man rausmachen, wenn man hier drückt. Und meinen Ausgang stecke ich jetzt hier unten rein. Jetzt habe ich hier einen Schalter, der funktioniert. Das ist die eine Sache. Das hier, das kürze ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen ein. Ich mache jetzt was, das dürft ihr eigentlich nicht machen. Aber ich weiß ja, dass das hier abgeschnitten ist, mein Kabel. Aber wenn jetzt hier ein Kabel ist, wo zum Beispiel noch Strom drauf wäre, und die schneidet das alles gleichzeitig durch, dann würde euch der FI rausfliegen, weil dann nämlich der Leiter mit der Erde Kontakt hätte. Und das ist halt nicht, das darf nicht sein. Aber ich mache das hier einfach wieder ab. Ich verklebe es wieder hinten hin. Ja, und einen Seitenschneider habe ich auch hier so. Also einen Seitenschneider und hier so eine Spitzzange. Mit den beiden komme ich eigentlich gut zurecht. Zack. Übrigens, Schalter haben keine Erdung. Das heißt, ihr könnt die Erdung einfach ganz hinten guten Gewissens reinstecken. Braucht ihr nie wieder. Genau. So, jetzt habe ich hier wieder zwei. Da schnappe ich mir jetzt hier meinen anderen Schalter. Und auch hier, ne, hier ist kein P. Aber hier ist hier ein rein Pfeil, also in die Schalter Mitte und ein Pfeil vom Schalter weg. Das heißt, der, wo der Pfeil in den Schalter geht, da stecke ich jetzt meinen Strom rein. Und hier mein geschaltetes zur Garage. So, die Schalter habe ich jetzt schon mal hier. Die sollten jetzt funktionieren. Ob die jetzt an oder aus sind, weiß ich nicht. Das sehen wir dann gleich. Hier sind meine Kabel ja auf der richtigen Länge. Das heißt, ich kann jetzt hier getrost meine Kabel, die ich hier reingesteckt habe, auch auf die richtige Länge bringen und dann auch so lassen. Aber zunächst, ich lasse mal gucken. Das Kabel hier für die Lampe, das kann ich hier auch wieder abmachen. Eine Lampe hat auch keine Erdung. Deswegen benutzt man da meistens auch nur den blauen und den braunen Draht. So. Und hier kann ich jetzt direkt schon das hier, wenn ihr die übrigens abziehen wollt, könnt ihr da nicht einfach ziehen. Das funktioniert nicht. Ihr müsst die dann so abdrehen. Ich glaube, da ist sogar eine Drehrichtung irgendwo eingezeichnet. So, das hänge ich jetzt einfach hier dran. Also einfach wieder reinstecken, dann hält das. Es gibt übrigens auch noch eine andere Variante von diesen Klemmen. Die haben dann so einen Hebel zum Auf- und Zumachen. Die Seite ist dran. Das Kabel kann ja auch lang bleiben. Das liegt ja eh in der Decke hier. Das Kabel hier, das kann ich dann wegschneiden. Aber erstmal muss ich es hier aufmachen. Weil hier müssen jetzt dann, also das Kabel muss weg, weil hier müssen ja dann meine anderen Kabel reingelegt werden. Da bietet sich jetzt hier natürlich diese Zange an. Also der Schalter hier sieht man ja. Das war der, der hier den Eingang geschaltet hat. Der geht nämlich auch direkt hier auf dieses Kabel und versorgt den mit Strom. Lüsterklemme, kann Müll. Besunzen wir nicht mehr. Und das hier, was haben wir da noch? Wenn ihr die Erdung hier drin anschließt, schadet das nicht. Also da passiert nichts. Ich habe jetzt eben gesagt, die sind tot. Aber trotzdem, hier ist jetzt noch schon interessant. Hier ist ein braunes Kabel an der Erdung dran. Und das ist sogar, mal gucken hier. Ja, also bei dem Kabel hier ist schwarz, blau und braun. Und da in dem Fall ist halt, also normalerweise ist Erdung halt grün-gelb. Aber weil in diesem Kabel bei drei Adern schwarz, blau, braun ist, ist braun die Erdung. Deswegen ist die Erdung hier mit da reingeklemmt. Nicht, dass es zu Verwirrung führt. Also bei der Erdung zum Beispiel braucht man in den meisten Fällen so ein Fünfer. Weil da ist man recht schnell bei fünf. Und da stecke ich jetzt mal als erstes hier dieses braune rein, dass ich das nicht mit irgendwas verwechsle. Und was ich auch geil finde bei denen ist, man sieht immer, ob die ganz drinnen sind. Also das ist schon gut gemacht. So, das braune ist das, was zur Garage geht. Das hier ist mein Kabel, was hier ankommt. Also das ist mein Dauerstrom. Da ist die Erdung natürlich am wichtigsten, weil wenn die nicht angeschlossen ist, bringen auch die anderen Angeschlossenen nichts. Die stecke ich jetzt natürlich auch mit hier rein. Auch da immer checken, ob die bis oben hin drinnen sind. Das ist immer wichtig. Außerdem, diese drei Adern, die hier sind, das sind die, die mit Stauerstrom versorgt werden sollen, weil ich hier draußen einen Bewegungsmelder angebracht habe. Das heißt, auch hier meine Erdung muss hier mit dran. Ich weiß nicht, ob da die ganze Garage mit dran hängt. Das kann eigentlich nicht sein. Nee, macht keinen Sinn. Aber das ist schon mal die Erdung hier. Die ist aber wichtig. So, dann, außerdem habe ich ja gesagt, dass das Dauerstrom haben soll. Draußen, wegen dem Bewegungsmelder. Das heißt, das muss auch wieder dran. Das heißt, das hier, da müssen wir auf jeden Fall auch auf den Fünfer gehen. Definitiv. Und ein Fünfer drauf. Zack. Dann kann der hier, der hier draußen ist, der auch Dauerstrom kriegen soll, auch schon da rein. Und dann brauche ich diesen hier. Da kommt auch ein Fünfer drauf, weil jetzt bin ich eh schon mit den Fünfern dabei. Das heißt, ich kann jetzt den hier hereinstecken. Außerdem, das hier ist ja mein Zustrom. Der hier muss eigentlich hier oben durch, damit es besser sortiert ist. Also, wenn ihr hier Ordnung in so einer Dose haltet, hilft das schon immer enorm. Also, jetzt habe ich schon mal den hier mit Dauerstrom versorgt, was schon mal wichtig ist, weil draußen die Lampe geht jetzt schon mal wieder. Mit dem Bewegungsmelder und der eine Schalter ist jetzt schon mal hinfällig. Gerade Müller zählt. Der, von dem ich gesagt habe, der geht nicht in die Garage, der geht zum Bad. Aber Bad soll ja hier bleiben. Also, hier muss ich nochmal reinschneiden. Auch wieder sehr auf dieses Kabel aufpassen. Die Garage ist hier unten und das Kabel muss ich komplett hier hochziehen, weil das ist ja das, was ich gerne hier durchziehen würde. Weil hier ja keins mehr sein soll. Bad nach hier, das eine fällt weg und dann die zwei da drüben. Also, aus vier hier wird zwei da plus Keller unten. Immer aufpassen. Ich bin hier immer echt auf Reden konzentriert und vergesse dann manchmal hier, was ich hier mache eigentlich. Also, aber um jetzt weniger Verwirrung zu stiften, packe ich mal hier noch dieses Kabel jetzt hier weg. Weil das hier brauchen wir nie wieder. Das versuche ich mal am besten hier oben zu knipsen. Kommt mir ja richtig gut dran hier. Aber so könnte es gehen. So, Müll. Und das gleiche ja hier. Brauchen wir nicht mehr. Kein Weg. Hier ist jetzt noch ein Stück Kabel drin, aber jeder, der hier irgendwo mal die Decke abmacht, wird ja in der Lage sein zu sehen, dass das von da nach da geht. Also, dieses Kabel hier geht zum Bad und ich möchte ja ein neues Badkabel dann hier hinlegen. Das heißt, diese drei Adern, die ich jetzt hier habe, können wir noch mal checken hier. Also, das war ja braun, schwarz, blau. Können wir jetzt hier hergehen. Braun ist die Erdung, weil ich ja gesagt habe, Lampen haben keine Erdung, also nicht angeschlossen. Und dann haben wir hier schwarz und blau. Wer hätte das gedacht? Das Kabel, das mache ich tot und bohre einfach jetzt hier oben einmal durch die Wand durch. Weil da drüben ja auch eine abgehängte Decke kommt. Und deswegen lege ich dann einfach noch ein viertes Kabel hier mit rein. Und dann brauche ich damit gar keinen Stress jetzt hier, hier auf dieses Kabel zu achten. Sondern kann jetzt einfach dann irgendwie hier unten schräg rüber gehen. Also nicht richtig schräg, das macht man nicht. Schon immer Winkel, aber so leicht schräg, damit ich nicht hier in mein Zuleitungskabel mit reinschneide, wenn ich hier mit der Schlitzfräse arbeite. Deswegen, ich kann natürlich auch hier runter gehen und hier drüben rüber, weil das ja hier schon ist. Finde ich aber eigentlich auch behindert, weil nur ich weiß, dass die alten Schalter mal da waren. Überlege ich mir noch, alles zu seiner Zeit. Aber hier muss ich ja sowieso mit meinem Kabel hochgehen, überlege ich gerade, wegen dem Garagenschalter, weil er ja hier an das eine Kabel dran soll und das hier. Gut, dass ich es gesagt habe, weil ich muss ja hier auch noch die Sticker dran machen, was was ist. Das mache ich aber hier in der Decke. Aber jetzt will ich erstmal als erstes hier die Lampe wieder anschließen, weil ich will ja hier die Decke zumachen. Und das kann ich machen, wenn das schon mal angeschlossen ist. Und dann bohre ich gleich das Loch hier noch. Das hier ist mein Lampenkabel. Dann ist das hier mein Eingangskabel. Dieses Eingangskabel soll ja hier durch. Das heißt, ich markiere mir das hier jetzt. Da reicht es, wenn die Drähte so lang sind. Sonst habe ich da so ein Kabelgewehr später. Entisoliere ich das bis dahin, wo ich es mir angehalten habe. So, und jetzt funktioniert es nämlich so. Man nimmt sich eine Dreierklemme, weil ein Schalter macht ja nichts anderes, als den Kreislauf zu unterbrechen. Das heißt, das hier ist ja mein Schalter. Und dieser Schalter soll meinen Braun unterbrechen, das heißt meinen Zustrom. Das heißt, ich stecke hier braun und blau von meinem Schalter zusammen. Also, die verwirren hier gerade ein bisschen. Blau von meinem Schalter. So, dann stecke ich dieses braun, erstmal stecke ich dieses blau hier in mein Multiblau. Also das hier, ein bisschen behämmert gelegt jetzt gerade. Das stecke ich mit hier rein. Weil wenn jetzt der Schalter umgelegt wäre, könnte ich sonst einen Stromschlag bekommen. Deswegen erst den hier reinstecken. Und jetzt stecke ich diesen braunen hier mit dazu. Zack. Und siehe da, Schalter ist an. Äh, Licht ist an. Wenn ich jetzt hier diesen Schalter bediene, geht es an und aus. Und weil die Schalter alt sind, haben die Wackelkontakt. Aber funktioniert. Das ist schon mal gut. Das hier soll ja der von der Garage werden. Das heißt, den muss ich dann von hier unten hier rein verlängern erstmal. Und dann werde ich nämlich doch hier rüber gehen einfach, auch wenn es mir ein bisschen im Herzen wehtut. Aber dann muss ich wenigstens da oben wegen dem Kabel nicht nochmal aufpassen. Sondern kann einfach das hier rüberlegen und die dann zusammen hier hochlegen da rein. Den Rest schäme ich jetzt erstmal nicht mehr, weil das ist ja jetzt gerade erstmal immer nur das Gleiche jetzt. Ihr wisst ja jetzt, wie man ein Kabel mit einem Schalter anschließt. Deswegen mache ich das erstmal weiter und melde mich dann gleich, wenn ich mit der Decke hier weitermache. Beziehungsweise, ach nee, zum Loch bauen sage ich nochmal Bescheid. Also, Garage liegt jetzt hier, ist durchgeschleift. Hier mache ich einen Deckel drauf. Die drei hier werden zugespachtelt. Das hier ist noch nicht angeschlossen, aber liegt hier hoch. Schauen wir mal. Also, Garage müsste jetzt aus sein. Gehen wir jetzt mal gucken. Ist aus. Garage an. Jawohl, Garage an. Und Eingang geht auch. Top! Dann kann ich jetzt da oben bohren. Außerdem ist mir eingefallen, dass ich sogar drüben noch ein Stromkabel hinlegen muss. Weil nämlich die Fenster alle elektrische Rollläden brauchen oder bekommen. Deswegen brauche ich auch ein Dauerstromkabel. Das heißt, ich muss ein Dauerstromkabel noch hier oben durchbohren. Das heißt, ich bohre jetzt zwei Löcher da durch und lege zwei Kabel rüber. Eins für Licht, eins für Strom. Hier muss jetzt wieder einer Dose zugeschnitten werden. Bisschen wie schnitzen. Nur, dass sich Plastik nicht so gut schnitzen lässt. Jawohl. Super! Da müsste ein Kabel durchpassen. Und ich vielleicht daneben noch eins. So, hier ist schon mal Nummer eins. Man muss sich hier natürlich noch ein bisschen freistellen, damit ich hier auch Platz für diese ganzen Kabel habe, dass sie hier reinlaufen. Und die Ecke hier muss ich auch noch wegschneiden. Wegschneiden vor allem. Aber wegbrechen. Das wird eine ganz schön volle Dose. Übel. Naja. Das haben wir jetzt hier alles beisammen. Da fehlt jetzt nur noch das eine Stromkabel. Aber mein Kabel ist leer. Aber dadurch, dass das ja unter der Decke ist, kann ich einfach jetzt hier schon mal eine Decke reinmachen. Weil das ist alles fertig, was hier durchgehen muss. Ich muss mir jetzt nur überlegen, in welchem Abstand hier diese Lampen rein sollen. Und ich denke, also ihr seht, das ist krank geplant. Das Ganze war ja 1,45 Meter hier. Und ich denke, wenn wir die hier im Abstand von 45 Zentimetern machen. Also die sind nicht fest, die kann man noch verschieben. Aber wenn wir 45 hier haben, ich denke, das kommt schön. Dann haben wir 55 Zentimeter, äh, 50 Zentimeter, ne? Ich habe gesagt, 1,40 oder 1,45. Ich weiß es gerade nicht mehr. Hier ist 80. Und hier ist, ja, 67,5. Wir haben noch fast 50 Zentimeter Abstand in der Mitte. Das ist in Ordnung, glaube ich. Oder ich mache 42 von der Seite Abstand immer. Dann kommt es vielleicht noch ein bisschen besser. Dann schiebe ich die noch ein bisschen nach außen. Den hier noch ein bisschen in die Mitte. Und der kann da ungefähr bleiben. Jo. Also hier werde ich 1,47 zuschneiden. Dass die Platte auch hier gut reinpasst. Und hier müssen wir mal gucken. Hier ist 70. Hier ist 61. Also 1,31. Also machen wir hier 1,30. Hier 1,47. 1,30 mal 1,47. Ist wieder unmöglich zu merken, wetten. Das Ganze machen wir jetzt hier aus einer normalen Regelsplatte. Weil es ist kein Feuchtraum, sondern einfach nur Eingangsbereich. Blöderweise sind die ja genau 1,25 Meter breit. Und der Raum ist ja, der Raum ist ja 1,30 Meter breit. Aber dadurch, dass ich jetzt hier das abschneide, ich glaube, ich werde ein bisschen mehr abschneiden. Damit ich nicht so einen Stoß direkt in der Ecke zum Spachteln habe. Das ist ja blöd. Deswegen mache ich erstmal die 1,45 Meter. Oder 1,47 Meter natürlich. Dann schneide ich hier so einen Streifen ab, damit meine Stelle zum Spachteln ein bisschen weiter reinrückt. Ist ja doch so groß der Raum. Kommt mir gar nicht so vor. Voll hier reingeritzt. Lull. Das hier können wir dann gleich wieder benutzen. So und hier zeichnen wir jetzt an. Ja, ich würde sagen 25 Zentimeter. Fühlen da drauf. Wo ist die Linie da? Da würde ich euch immer empfehlen, das nicht über eurem eigentlichen Rehgibste machen, weil sonst habt ihr die ganzen Krümel da drauf. Und das macht dann Löcher da rein. Ich überlege gerade, ob ich mir vielleicht doch einen Halter in die Mitte mache. Ja, ich glaube, ich mache einen Halter hier in die Mitte rein. Also so sehen diese Abhänger aus. Das ist eigentlich einfach nur so ein Blech, was dann auf den Ecken solche Rillen hat. Und hier in der Mitte, da passt ein 8er Dübel mit Raubereien. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich bohre ein Loch, da wo ungefähr das hin soll. Das ist natürlich wieder ganz rausgemacht. Normalerweise gibt es jetzt hier für die Bohrmaschine so einen Teller, dass nicht der ganze Staub in die Maschine reinfällt. Aber ich puste jetzt einfach, weil ich hier nur ein Loch machen muss. Mann, das ist echt harter Beton hier. Da nehme ich jetzt einfach dieses Teil hier, halte es hier hin und schlage meinen Jüngel hier rein. Jetzt hängt es da. Jetzt ziehe ich diese beiden Seiten hier runter. Also besser noch, wenn ihr erst die Schiene wieder da hinschiebt, wo sie hin sollen. So, und jetzt braucht ihr einen Akkuschrauber, und schrauben. Holt die schnell. Und dann nehme ich jetzt einfach hier die normalen Riechipsschrauben, selbst schneiden und schraube die an der Seite rein. So, das ist die eine Seite. Und jetzt biegt ihr einfach die Enden hier hoch. So, von einem so ein Halter ist bis zu 25 Kilo oder so, glaube ich, gelistet. Das heißt, ihr müsst mal überlegen, okay, wie viel Gewicht hängt in die Decke. Da gibt es so Quadratmeter Gewichtsangaben online für eure Riechipsdecken, was ihr da reintun wollt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Deckenheizung machen wollt, dann müsst ihr natürlich wesentlich mehr davon reintun, weil da natürlich die wassergefüllten Rohre auch da dranhängen. Deswegen, das ist dann wichtig. Aber hier hängt es jetzt eben nicht. Also hier ist ja fast kein Gewicht drauf und das hätte auch so wahrscheinlich gehalten. Aber so kann ich eben dem Durchhängen vorbeugen. Wenn ich jetzt eine große Decke machen würde, dann würde ich auf jeden Fall hier einen Laser aufstellen und gucke hier mal hier von Kante zu Kante, ob das auch alles hier passt, weil dann über die Länge halt die durchhängen. Aber so ist das hier vollkommen aushaltend. Jetzt schieben wir hier noch die beiden schnell an die Position, dass wir dann unsere beiden Lampe ohne Probleme setzen können. Eine Lampe ist immer 5 cm breit, dass wenn ich hier jetzt bei 42,5 cm setzen will, dann sage ich nicht weiter ähnlich näher an 32. Gleich mal hier. Das passt aber. Was auch hilft ist, wenn ihr euch eure Profile an der Wand markiert, also wo die laufen, weil dann könnt ihr immer gucken, wo ihr eure Schrauben reinmachen müsst. Quasi das selbe wie bei der Wand. Und jetzt kann ich meine Decke dagegen drücken, meine E-Gips-Platte. Meine Decke. Und dann weiß ich, wie ich mich reinschrauben muss. Jetzt schnappe ich mir hier erstmal ein paar Schrauben. Mal gucken, wie ich sie hier rein kriege. Richtig solche Wänden erstmal. Ich würde euch hier mal tendenziell empfehlen, das nicht alleine zu machen. Aber es gibt so Dinge, so Riechensplatten hier. Kann sowas auch. Natürlich gerade nicht hier. Ist ja klar. So, rein schrauben und es hält erstmal. Das ist natürlich witzig, dass mir genau jetzt auf den Kopf fallen würde. Also mit einer Riechensplattenheber ist es schon wesentlich leichter. Wobei es auch damit muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber es geht. Hier mal hierzu alle 20 bis 30 cm eine Schraube rein. Das hat sich für mich so bewährt. Die mache ich auf den drei Streben und einmal außenrum. Und hier ist es auch wichtig, dass ihr die Seite, die flacher wird hier, dass ihr die nach vorne zum Stoß macht. Weil das ist dann später unsere Spachtelkante. Genau. Jetzt brauche ich hier mal alles schnell dran. Dann schneiden wir das noch zu und messen die beiden Punkte hier aus. Bevor wir jetzt hier in die restliche Platte reinmachen können, müssen wir erstmal das Kabel jetzt hier rein versenken, weil sonst kommen wir nicht mehr dran. Und es ist dann voll der Akt, eben das da durchzuziehen. Das heißt, wir bohren jetzt erst die beiden Löcher. Da kommt jetzt wieder hier der Lochkreisschneider, die Lochsäge ins Spiel. Da habe ich jetzt wieder auf das Sägeding gewechselt. Vorher hatte ich ja das, eben habe ich ja noch das Randloch hier gebohrt. Deswegen war das eben noch drauf. Jetzt habe ich das wieder hier drauf. So, jetzt müssen wir das mal anzeichnen. Wir hatten ja gesagt 42,5 von beiden Seiten. Wenn ihr jetzt hier nur sowas habt wie das hier mit zwei Lampen, dann ist es relativ simpel, weil ihr müsst keine Flucht irgendwie machen. Wenn ihr irgendwas mit mehr Lampen habt, zum Beispiel jetzt im Wohnzimmer oder so, wo ihr dann wirklich irgendwie 5, 6, 7, 8 Lampen hinterher habt, da ist es dann schon wieder ein bisschen trickier, weil ihr ja dann eine Flucht in den Lampen haben wollt. Um das zu erreichen, müsst ihr entweder einen Laser benutzen oder eine Schnur spannen. Früher habe ich eine Schnur gespannt, da habe ich es erst und letzte angezeichnet, habe dann eine Schnur gespannt zwischen den beiden, habe dann eine Schraube reingemacht, und dann eine Schnur gespannt und dann an dieser Schnur eben die Abstände gemessen. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber jetzt hier, wie gesagt, sind nur zwei Stück. Ist in Ordnung. So, jetzt hatten wir hier 131, also haben wir hier 65. Das messe ich jetzt beides von hier. 65. Dabei kann ich euch sehr ans Herz legen hier. Was labere ich? Dabei kann ich euch sehr ans Herz legen. Was weiß ich, weil ich mir das ans Herz legen kann? Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Aber weg. Angezeichnet. Hier puste ich jetzt wieder, damit mir jetzt nicht der ganze Staub wieder hier reinfällt. So, Loch ist drin. Ich muss doch gut eins hoch. Jetzt nehme ich einfach hier mein Kabel. Einfach Kabel nehmen, ist klar. Ja, wenn ich die Börner abschrauben soll. Nur ein bisschen dumm. Also ihr seht, es ist ein Kampf, allein das hier reinzukriegen. Also der Kampf wäre noch viel größer, wenn ihr hier das nicht vorher rausholt. Also 1,46 mal 1,35 1,35 1,35 Ja, ich mach 1,30 1,46 mal 1,35 Da bin ich mit dem hoffentlich fehlenden Stück. Also nicht hoffentlich fehlend, sondern hoffentlich passend. Jawohl! Mann, das ist echt selten, dass mal zwei Stücke direkt hintereinander passen. Soll ich hier nochmal ein paar Schrauben einpacken hier. Wichtig ist jetzt hier, dass ihr die Phase auch nachher habt und dass es auch schön anliegt. So, geil, oder? Sind wir jetzt. Jetzt könnt ihr auch noch eine Rehengibsdecke bauen. Im Endeffekt muss man auf die gleichen Sachen achten, wie bei der Rehengibswand, die wir gestellt haben. Nur, dass man hier halt die ganze Zeit über Kopf arbeiten muss. Und eigentlich mag ich Decke mehr als Wand. Das macht ja nicht mehr Bock. Man sieht noch mehr Fortschritt, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist es auch nur mein Empfinden. Ich könnte mal sagen, was ihr cooler findet, was ihr einfacher findet. Gut, ich mache jetzt hier den letzten Schrauben rein und dann war es das für mich auch schon heute wieder. Das ist nämlich wieder ab nach 8 Uhr und ich wollte halt mal früher ins Bett gehen. Ja, mal sehen, ob das klappt, ne? Also, wir sehen uns morgen. Ciao. Oder, naja, eigentlich würde ich mal ein Video fertig machen, oder? Also sagen wir, das war es für die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.